Logisches Hey Ho und Willkommen zurück zu Dr. Mario. Manchmal kann es vorkommen, dass das Spiel als hängt. Wie funktioniert das jetzt da nicht? Hast du das gesehen? Deine nächste Kapsel hat sich in eine Regenbogenkapsel verwandelt. Wenn du solch eine Kapsel platzierst, nimm sie die Farbe an, die du an dieser Stelle am dringendsten bildest. Regenbogenkapseln werden regeneriert, sobald du sieben Reihen mit Viren oder Kapseln entfernt hast. Links und rechts des Levelbit-Schirms zeigt stets eine Regenbogenanzeige die Anzeige bildeter Reihen. Nutz Regenbogenkapseln, um Viren einer beliebigen Farbe zu beseitigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist das richtige erste schwere Level. Ich glaube, das wird nix. Ja. Das ist wirklich ein Geist, Mehl. Oje, du hast ja keine kapseln mehr übrig wichtig zu wissen wissen mit wie viel kapseln du beginnst in allen level unterschiedlich um ein level erfolgreich zu bestehen musst du immer im auge weichen wie viele kapseln die noch verbleiben ja der erste fail ich mache dieses level hier auf screen nicht klappt dieser level dann war's das